Kurzarbeit, zu wenig Lohn und fehlende Perspektiven. Nur drei Gründe, warum viele Arbeiter die Lausitz verlassen haben. Klaus-Peter Lamott kennt das Problem. Doch der Facharbeiter ist wegen etwas ganz anderem gegangen. Bewogen hat mich eigentlich Folgendes, dass mich das Land Brandenburg mal so zu sagen vertrieben hat. Also ich bin sozusagen ein Arbeitsflüchtling. Ich hatte damals keine andere Wahl, muss ich mal so knallhart sagen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Inzwischen suchen die Unternehmen gerade hier in der Lausitz Fachkräfte. Deshalb ließ die Handwerkskammer Cottbus sich etwas einfallen. Mit der zweiten Rückkehraktion wurden am Ostersamstag den weggezogenen Neuperspektiven aufgezeigt und ihnen lukrative freie Stellen präsentiert. Ziel ist es, die Fachkräfte langfristig wieder in die Heimat zu locken. Die Beschäftigungssituation im Handwerk ist sehr, sehr gut. Die Betriebe suchen händeringend Fachkräfte, bieten sichere Jobs mit Zukunft. Und deshalb kann man nur empfehlen, als Handwerker auch hier in der Gegend zu suchen. Doch nicht jeder ist auf der Suche nach einem neuen Job. Toni Diaz hat in Cottbus gelernt und machte hier seinen Meister zum Klempner. Jetzt strippt er den Doppelmeister zum Dachdecker an. Und das ist einfach nur für mich als Weiterbildung. Und ich weiß nicht, wo es mal hinführt im Alter, dass ich mich vielleicht auch mal selbstständig machen möchte. Mal sehen. Ein Phänomen, was es inzwischen häufiger gibt. Viele Fachkräfte bilden sich weiter, um langfristig mehr Perspektiven zu haben. Klaus-Peter Lammoth hat seine Chance genutzt. Er arbeitet für gutes Geld unter hervorragenden Bedingungen in Bayern. Doch mittlerweile würde er gern wieder in die Heimat zurückkommen. Allerdings unter einer Voraussetzung. Das Entscheidende ist ja die Finanzierung. Also das, was man geldmäßig im Portemonnaie hat. Und ich hoffe, dass sich das jetzt hier im Osten, sag ich mal, auch langsam ein bisschen angleicht. Abstriche macht man sowieso, wenn man wieder zurückkommt. Aber wie gesagt, irgendwo ist die Grenze dann nicht, wo man es sich dann überlegen könnte. Oder wo man es sich gar nicht überlegen braucht. Ein wichtiger Schritt, der gut überlegt sein will. Auf der einen Seite lockt natürlich die Familie, auf der anderen Seite muss man aber auch vom Job leben können. Deshalb sind sich viele Weggezogene über ihre berufliche Zukunft noch nicht einig. Allerdings lassen sich viele Unternehmen etwas einfallen, damit die Fachkräfte zu ihren Wurzeln zurückkehren. Wir wollen keine Mikhail. Dann거든요! Dann haben wir noch einmal wieder kontaktiert. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020